Um hoch die Reinkets! Here we go! Okay, los geht's! Oh doch nicht! Okay, und weiter! Ich frage ich nur, wie gut sich dieses Dreckstelle... Ich bin fast nur traurig, weil er ist level deep. Weil das ist oft nichts zu sagen. Aha. Ich vertraue ihm. Ich vertraue ihm. Was ist das? Was ist das? Mach mir keine Angst, Dude. Das hat besser klappt, als er wartet. Das war dumm von mir. Ich hätte nichts zu nah ran gehen sollen. Scheiße, dumm von mir. Ich hatte jetzt den Blut. Ich hatte jetzt den Blut. Ich bin fast tragisch. Ach komm. Baby ist das nicht mehr ausgereicht, ich wills mich mal auf den. Ich habe das nicht mehr ausgereicht. Ich will jetzt nicht mehr machen. Ich nehm's an. Also ob er in bestimmten Phasen im Spiel wäre nie für ein Super-Genre. Meine Damen und Herren, wenden Sie jetzt ab, wie das hier ablaufen wird. Werden Sie Amumu töten B. Fieden und Amumu ein Double-Kill geben Oder C. Alle drei sterben. An alle, die B. Fieden und Amumu ein Double-Kill geben, gewählt haben, ihr seid die Glöckchen-Gewinner. Und ich in dem Fall der Verlierer. Ich habe ein bisschen die Fagina. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Cut Univio ulti, ulti damage Und wieso bin ich überhaupt gefollert? Und warum wird der Kai immer noch angezeigt? Es wird dir immer noch angezeigt Nein, ich bin nicht müde, ich bin überfordert Das ist ein Unterschied Er kann mich nicht erreichen, was? Was konnte Tarius? Eine Wand Der Kreis wird ja immer noch angezeigt Nein, nein, nein Ich bin tot, ich bin so tot, ich bin so tot, ich bin so tot, ich bin so tot Mist Das ist dumm, ich kann jetzt auch nicht rumbrüllen und super Emotionen zeigen, wie ich am liebsten machen will Weil meine Eltern wieder reinkommen, es ist schwerer, dass ich zu laut bin Und fragen, was ich hier für einen Mist mache Der Kreis wird aber noch angezeigt Warum? Warum? Ja Die andere Ich bin so dumm, ich bin super Ich bin super ich hab das alleine anstrengend erste win fehlen noch zwei für promo ich hab das ich brauch Erdbeermilch so und weiter ich hab meine Erdbeermilch und diesmal machen wir keine Katamarinmusikern aber das tut jeder der kein Timo man ist ich hab die Timo ich hab die Mainsteam oder du hast Timo ja nehm ein AP mit jungler 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 AP oh Gott hast du überhaupt einen ich hab die Timo 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 in meinem jungle okay Zeit für group up deinen oder meinen deinen achso ok die Wölfe dann können wir ja machen okay ich mach die Wölfe die ist back Ich kann es nicht mehr machen. Okay. Du bist jetzt. Nein, nein, ist gut. Du kannst einen Halt machen. Nein, nein, ist gut. Ich geh weg. Ein Trickster, der seinen Job benutzt, bevor ich meinen Stuntlust habe. Ist so tot. Ist aber nur so tot. Und... Melphite ist tot. Egal, er ist tot, denn wir bekommen Drauchen. Easy. Ja. Oder er geht wieder rein mit Ultima. Naja, so ist es fast tot. Seine Ultima rauskriegt. Er hat dich so getötet. Und... Hast du die Warwick Ult gesehen? Nein. Botlane, Botlane, Botlane. Warwick stand direkt neben Marfite und hat gefehlt. Ich habe Ultima, die ich kann nicht. Ich glaube, Israel ist Priorität. Ja, du meinst schon. Ja, jetzt bist du geboostet. Das ist ein S-Rail. Okay. Ist der fürs Tod, geil. Okay, wenn du Douglas kommst, ich kann ihn holen. Oh fuck. Ich bin geboostet. Ja, danke. Willst du jetzt was witziges hören? Weil du getötet hast, habe ich überlegt. Ist gut, ist gut. Ich habe meine Passiv. Der ist ja nämlich Tötet. Ich bin nur in der Selbstbestimmung. Aber weißt du, du kennst ja die Mastery, die 5% AP zurückgibt, wenn du einen tötest. Ja. Ja. Ich hatte 9 AP und ein Minion Autotack unterwegs. Du tötest ihn auf einmal, habe ich nicht aufgehen. Hey. Mach ein Wort. Ich bin unterwegs. Mach nur ein Wort. Ich habe kein Wort. Ich habe kein Wort. Der Endeffeld hilft mir nicht. Ich bin unterwegs. Er hat ihn schon. Boah, die sind. Na ja, heute ist gut. Okay. Ich glaube, es geht los. Hier steht 3-0-2 in Sona. Fuck. Das hat wehgetan. Nein, im Ernst. Das hat wirklich meine Gefühle verletzt. Ich wollte Yasuo spielen. Zum Elf. Es zeigt uns allen, wie Mainer ist. Und der Stein. Ah, und da läuft Ren Wobik. Wie lange kämpfen wir schon? Dass er wieder grüßbund ist. Ich glaube, der Wobik kommt ja wohl. Klar, wenn ich nah genug dran bin. Mach Ulti. Okay, nevermind. Ja, tu. Green. Das war noch ein bisschen Greeny. Du hättest sofort ulten sollen, sodass ich auch dran komme. Na, absolut. Alter, warum kommt der Fisk wieder? Aber eines sage ich dir. Wenn ich sage Ulti, dann Ulti verdammt. Ja, mach ich nächstes Mal. Ja. Meine Frage. Warum hast du eigentlich erfüllt? Das verstehe ich jetzt nicht. Wegen meiner Brüder. Ich sage, das reicht aus. Wie oft hatten wir das Thema schon, sodass ich denken? Mach mal das Gegenteil für dich, das im Leben dir jetzt auf Deutsch oft gibt. Du kennst ja das Video. Versucht, nachzudenken. Versuch mal genau das Gegenteil davon. Versuch nicht nachzudenken. Versuch nicht nachzudenken. Ja, so hat keine Wind Wall. Nope. Das war nur noch so. Hast du eine Passive? Ja. Ich glaube, er hat meinen Ultraschett. Oh, fuck. Dass jeder andere gewesen hätte, hätte es noch überlebt. Nein, nein, ich hätte ihn geknötet. Lest mal den Chat. Oh. Achso, das hat die Rolle. Ja. Ich hätte niemals so eine RANDOM WALL-Anthorien, weil es nicht passiert. Zumindest nicht grundlos. Also ehrlich gesagt, Anivia kann nur so gut werden wie Erdogan, wenn er seine Ultraschettung äh, seine Windwall meine ich. Und ich weiß, wie ich sie rausbete. Den ist so drin. Sie wissen meist nie, wie sie die Windwall dann machen sollen. Ha, jetzt wusste es. Die Windwall war so obvious. Oh, jetzt macht schon der Malfall meine Wölfe. Der Malfall macht meine Wölfe? Nein, danke. Danke. Gerne. Ja, du bist toll. Da ist ein Passiver. Ja, aber da ist ein Yassu. Ich komme. Äh. Oh, fuh. Lebe. Lebe für mich weiter. Du hast mir den Arsch gerettet, aber dich selbst dafür geopfert. Ja. Ich bin jedes Opfer. Und das Dumme war leider, das war es nicht wert, weil ich habe so eh kein Shutdown. Ich habe dich gerettet, okay? Danke trotzdem. Schau mal zum Blue. Schau mal zum Baron. Ja, aber ich meine, hast du den Blue nicht gesehen? Nein. Dann schließt du nachher im Video. Wollte ja gerade hinschauen. Bin da. Speed an Eva on the way. Der hat mich. Ich lasse mich selbst. Nein. Das war erschreckend einfach. Ja. Ja, 50 Gold. Aber muss... Man muss auch zugeben, wenn ich den Blue bekomme und gegank werde, ist einfach GG, wenn ich noch nie mehr bin. Außerdem, nobody plays fucking Yasu against me. Oh, ich bin in der Serie. Ah, okay. Das kann lustig werden. Das kann sehr lustig werden. Das wird scheiße. Das kommt schon hin aus. Das erste Game gegen Sai und einem Rakhan wird in der Ranket sein. Irgendwie ironisch. Casual. Casual. Es halt. Was? Er hat doch kein Skin. Er ist nicht in genug. Oh, der hat uns alle enttäuscht. Sie. Ich komme. Es war in diesem Moment, dass er wusste. Er hat mich verletzt. Oh, fuck. Das fand ich die Lese nicht Sinn. Like, im Ernst. Ich wollte gerade fragen, ob du Blue das willst. Wieso ist es ungewöhnlich? Ich erzuse spiele. Also in Ranks. Ja, genau. Irgendwie traurig. Aber ich kann es nachvollziehen. War dieses Puh? Jetzt gut oder schlecht? Die Elise hat ihren Kokon verfehlt. Also ein gutes Puh. Er ist bei deinem Kokon. Er ist bei deinem Kokon? Bei deinem Blub. Bei deinem Blub? Er ist bei deinem Blub. Das ist kein Ultor, nein. Da kommt die Edis. Ist okay. Noch. Ich habe keinen Mahner mehr. Und saugott, wir müssen hier raus. Warum? Warum? Nur in Lese wäre kein Problem gewesen. Auch zu viel zu viel besser. Spiele. Passt. Okay, jetzt zurück zum Brocken. Geben wir auch ein wenig. Okay, weiter drauf. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wir sterben jetzt, Alter? Ich dachte auch. Töte mich. Später. Und sie hat keine Ulti mehr. Ich brauche mehr Attack-Speed. Das habe ich gerade übelst. Habe ich gerade übelst bemerkt, als der Kuh dann an meiner Kuh zu lange war. Okay, das war schlecht von mir. Oh, das wäre sicher noch schlechter los zu sterben. Komme. Sie greift mich zu zweit an und schau mal hier, wie viele Klebe die haben. Ich habe fast einen Double-Kill bekommen. Alleine. Sagen wir bitte, du hast den Flash gesehen. Sag mir bitte, du hast hier nicht die Q gesehen. Die habe ich gesehen. Ich bin egal. Passt du. Kann ich den Blue haben? Hä? Was? Was willst du zum Blue? Prakasmus? Running Gags? Warum rennen sie? Ha 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 ha. Kill yourself. Schaut weiter. Wenn du zu uns kommst, kriegst du ein paar Kühls ab. Wer ist unterwegs? Surprise, motherfucker. Guten Tag. Komm, ich bin der Jasso entgegen. Seid mir ehrlich, ist das was Neues? Nein. Eigentlich nicht. Wir tragen dich wirklich nicht. Der so fliegt doch ständig. Dafür, dass er keine Flügel hat. Ich habe gesehen, dass ihr dort wart. Lass gut sein. Nope. Sag dir, lass gut sein. Was? Was? Hast du das gesehen? Ja, habe ich. Aber ich glaube, das gilt für alle Abilities, die halt Tanneling Teil haben. Sag doch. Go hard or go hard. Ja, aber ich bin echt dumm hart reingegangen. Ich bin einfach nur reingelassen. Ja. Das war so fies. Das war so gemein. Hast du das aufgenommen? Hast du das aufgenommen? Ja, habe ich. Oh Gott sei Dank. Oh Gott. Selbstverständlich. Aber das war so dumm. Das war einfach so dumm. Ich gebe keinen Fick drauf. Ich bin Gold. Ich bin Gold. Ich bin Gold. Aber auch schon. Der Rice geht genau jetzt raus. Es hat so lang gedauert. Es hat so verfickt lang gedauert. Für den guten Wunsch. Jetzt hilft mir. Gerne. Das hat so lang gedauert. Oh mein Gott. Ich bin endlich wieder Gold. Ja. Nach 10 Uhr abends würde ich jetzt rumschreiten. Ich weiß. Ich habe nicht so gut gespielt. Aber es reicht. Es reicht. Ich hatte gute Plays drin. Ich habe meine Arbeit gemacht. Ich habe meine Arbeit gemacht. Ich habe meine Arbeit gemacht. Untertitelung des ZDF, 2020